Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf Animani und heute habe ich die Dragon Ball GT Box Nummer 2 und wir haben hier die Folgen 22 bis 41 und legen auch direkt los und falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, wie immer, abonniert natürlich den Kanal und gebt einen Daumen nach oben, nicht vergessen meine Freunde, denn es gibt genügend Leute, die meine Videos mögen und einfach den Like trotzdem vergessen und das wollen wir doch nicht, gut, das sieht diesmal von der Seite so aus, von der Seite so dann hier nochmal die zwei Bilder, ja, und auch wieder hier vier DVDs, ist das jetzt auch wieder, ja, einfach die Dragon Balls irgendwie random reingepackt und natürlich das Booklet, ich zeige euch nochmal so ein bisschen die DVDs, ihr könnt die nochmal schön betrachten, sieht auf jeden Fall ganz schick aus, falls es da Leute gibt, die sich hierfür interessieren für GT, das ist die RTL2-Fassung, also erwartet hier auf jeden Fall geschnittene Sachen, sehr stark zensierte Sachen, damit müsst ihr halt rechnen, warum ich mir das hier geholt habe, einfach weil ich die alten deutschen Anime gefeiert habe, ist egal ob geschnitten oder hast du nicht gehört, war trotzdem einfach eine coole Zeit und deswegen möchte ich sie gerne in meiner Sammlung haben, bei Dragon Ball ist mir das dann auch relativ egal, ob da jetzt mal irgendwie ein Kampf oder so ein Stück rausgeschnitten worden ist oder so, ähm, das ist jetzt eigentlich für mich nicht so dramatisch, nochmal hier so ein schönes Bild und hier haben wir auch nochmal ein schönes Bild, sieht auf jeden Fall sehr cool aus und das war es auch schon mit dieser kleinen aber feinen Box, ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, daumen nach oben, abonnieren, ihr wisst Bescheid und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich freue mich drauf, haut rein und ciao! ich hoffe es hat euch gefallen,